so freunde grüße euch aus italien von marina di venezia wo wir jetzt die letzten drei tage nicht so tolles wetter gehabt haben ja ich habe ja gesagt ich werde euch noch ein video vom vorzelt teppich bringen und ich muss sagen es ist volle kaufempfehlung das teil ist wirklich super jetzt muss ich nur kurz meinen einkauf verräumen ich habe mir nämlich hier in der supermarkt meile ein bisschen ein steg gekauft ein bisschen hackfleisch damit ich für meinen nachwuchs bürgerpads machen kann so jetzt gehen wir mal kurz raus zum vorzelt teppich habe ich da vorschlagen bevor ich euch den zeig wenn wir schon italien sind ja hier marina di venezia dann zeige ich natürlich kurz den blick vom meer das ist natürlich pflichtveranstaltung ja was war natürlich ein video von italien wenn man nicht kurz einmal den strand aufnimmt für euch soll ja unterhaltsam sein strand relativ leer muss ich sagen für die zeit okay es sind auch keine ferien nicht aber es ist ja relativ leer alles sehr viele liegen übrig wenn man da hinten schaut ist dann sehr ruhig am strand es haben jetzt wie versprochen der blick aufs meer super wetter heute allerdings im schatten fast schon ein bisserl frisch statt wenn wir damals um die 25 grad haben dann genießt einfach mal das tolle geräusch hinten ist der leuchtturm von punta sabioni jetzt dann rein nach venedig übrigens zu den campingplatz habe ich schon mal ein video machbar in der venezia ich werde es euch mal oben kurz verlinken für den fall dass es irgendwen interessiert aber ich kann mich da echt kann mich gar nicht satt sehen am meer und wie gesagt der strand ist relativ ja es ist wirklich nicht viel los aber wie gesagt die haupt ferienzeit ist ja noch nicht es wird schon noch mehr werden so und jetzt ist schluss mit mehr jetzt geht es wieder weiter mit einem teppich für die wo ja eigentlich das video ist aber wie gesagt den you kann ich auch nicht vorenthalten das müsst ihr einfach immer wieder sehen ich glaube es wird von einem oder anderen doch ein bisschen urlaubsstimmung dann aufkommen so leute jetzt geht es weiter mit dem vorzahlteppich übrigens den grill habe ich verkauft da kommt ein neuer den werde ich euch dann ebenfalls in einem separaten video vorstellen weil der wird für uns mittlerweile zu klein weil der nachwuchs jetzt auch schon ziemlich viel ist und jetzt kommt es zum hauptteil zum teppich das ist er also das ist halt ein ganz normaler vorzahlteppich man sieht dann immer nur die falten drin er legt sich aber schon schön aus sie haben bloß so halb gefalten weil wenn es dann da oben regnet runter tropft das nicht immer alles nass und feucht ist darunter habe ich also eine folie gelegt ich habe ihn mir jetzt auch neu gekauft das ist ein quasi der nicht direkt im dreck liegt und wenn es feucht ist nicht die ganze feuchtigkeit anzieht ja von der verarbeitung her muss ich sagen top steht er jetzt dem teuer wo ich davor gehabt habe was heißt teuer nichts nach ja jetzt einmal die nette selber bringen anschauen schmutz natürlich jetzt die noch eine nette wirklich sauber verarbeitet hat diese lösen oder sauber eingedrückt nichts verklemmt oder verdrückt also qualität wirklich super ist auch immer für 69 euro kennst du echt nichts verkehrt machen ja der wenn dann irgendwann einmal nach fünf sechs oder was sie waren kaputt ist dann schmeißt man halt einfach weg und kauft sehr neuen ich habe euch bereits im ersten video verlinkt ich werde euch auch in diesem video noch mal verlinken wie gesagt die haben hier eingeschlagen der ist 250 auf fünf meter war der andere die wohl gehabt ob der war doch ein bisschen zu klein und das ist wirklich top dann kann man ja einverhalten muss man ja nicht vollständig auf der ganze fläche auslegen ja so schaut er aus der vorzeit teppich für 69 euro bei amazon ungefähr 69 oder die preise schwanken ja immer ein bisschen als einer seine ring eingebaut sieht man wirklich sehr sauber gemacht wenn ich nix sagen wenn damals aber ausgelegt ist und die ganze falten weg sein muss das wirklich sehr guter teppich also wie gesagt wenn man wasser drauf schüttet das zeige ich euch aber jetzt mal noch mal kurz opfer dir mal kurz ein wasser 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 mal kurz so jetzt schauen wir mal kurz her jetzt haben wir kurz ein wasser drauf was das sekt das wasser steht da drauf und das steht wirklich ewig drauf also hat eine gute wasserabweisende wirkung das wenn wir jetzt noch eine stunde nochmal herkommt und schaut und steht es immer noch da das weiß ich weil ich heute früh frischwasser aufgefallen habe und dann quasi ein bisschen wasser verloren haben das war dann noch zwei drei stunden immer noch da hält also wirklich sehr schön ab wenn man sieht also von dem her wirklich super ja gut was soll jetzt groß möchte ich noch sagen zu dem teppich ist aber vorzahlteppich aber für den preis jeder von günstigen sucht könnt ihr echt nix verklebt machen kann ich wirklich bedenkenlos empfehlen ja ok leute das war es dann zum vorzahlteppich zum günstigen ich hoffe das video hat euch gefallen wenn es trotzdem über die fragen hat es natürlich wie immer einfach unter das video runter die fragen ich versuche es jetzt natürlich dann wie immer so schnell wie möglich zu beantworten ich wünsche euch jetzt noch was und ich mache mir jetzt noch ein bierchen auf und setze mir ein bisschen in die sonne sehen wir uns beim nächsten mal macht es gut tschau